Hey Leute, willkommen hier bei weiß ich was. Ja, wir werden heute ein neues Spiel spielen. Äh, sorry. Ja, ihr seht ja schon ein bisschen was. Äh, aber das ist, warte mal. Ich muss kurz was suchen. Ich bin nämlich gerade nicht sicher. Nein, habe ich nicht, okay. Okay, dann, äh, das hier heute spielen. Äh, ein Kreis, bitte zur Zeit, ja. Hey, hey, geh weg, blöde Werbung. So. Hier. Wie ihr hier seht, spielen wir heute das hier. So, wie ihr hier seht, spielen wir heute das hier. Ja, wir werden einfach so ins Geschäft geschmissen. In diesem Chef. Okay. Okay. Hey. Hey. Nein. Nein. Der Spiel ist abgestürzt. Nein. Hey. Ich bin der R-Kreis. Ja. Das ist jetzt dumm. Nein, nein. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 mit einer App namens Aptoide. Muss man sich zwar aus dem Internet drunterladen. Funktioniert aber. Ist ja. Ein guter Ersatz. Playstore. Wo man alles grad screenen kann. Was zwar vielleicht nicht so ganz 100% illegal ist. Aber es ist auch nicht illegal. Scheiße. Jetzt bin ich über das Auto drüber gestreut. Was fällt mir eigentlich ein? Nein. Jetzt bin ich auch da drüber gesprungen. Ähm. Hili. Das Spiel ist wirklich lustig. Das ist empfehlenswert. Das Spiel muss ich wirklich sagen. Das Spiel ist... Oh Junge. Habe ich jetzt Fetten gehabt. Giant. Giant Zombie. Geil. Junge. Wie geil. Junge, 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 Junge. Junge, Junge, Junge. Da hab ich so ein bisschen Licht gerade gesammelt. Sind ich jetzt schon wieder weg. Junge, jetzt hab ich noch mal einen. Junge. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge. Ja, das Zunuli hat mich gerettet. Alter. Bin ich froh. Ja, ihr könnt mir einfach mal eure Meinung zum Spielen hier schreiben, die ich euch hier gezeigt habe. Und mir sagen, welche ich dann spielen soll. Ich kann euch nochmal hier das alles zeigen. Einmal Critical Ops, Zombie Tsunami, Make More, Clash Royale, Doodle Jump, Touchscreen, Skater 2, Superminer und dieses Pizzaspiel da. Papas Pizzeria. Könnt ihr mir ja mal schreiben. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Tschüss.